Musik Cheerio mein lieben Mitformer, willkommen zurück zu Harvest Moon, oh yeah So, das nächste Küken ist geschlüpft Und wie wir heute im letzten Part erwähnt habe Weiterhin mit dem sehr angeschlagenen Hals Ähm, tut mir leid Oh, was? Fishing Contest, ja, 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 ja Ich glaube, das ist so ein Contest, den wir bisher noch nicht gewonnen haben Nicht ein einziges Mal Wieder geh doch mal weg von der Schüssel Wollen fressen, aber behindern mich die ganze Zeit, was ist los mit euch? Was ist los mit euch? Was ist denn los mit euch? So Haben wir noch eine Request auch wieder Iron Ocean auch schon wieder Toll So, was haben wir denn hier? Gas Brokkolini Seeds Das ist wahrscheinlich erstes müssen wir den sammeln Iron Nehmen und zu Gast bringen Damit er das kriegt und wir Brokkolini Seeds kriegen Und damit können wir dann auch die Request to jump Denke ich doch wunderbar So Ein bisschen Futter für euch alle Bambambambambam Bambambam Bambambambam So Und so Alle versorgt Sehr schön Ja, rüber hier und wir könnten heute alle mal wegkopf wieder mit weg sind also moment wir müssen wieder ein neues darauf legen so jetzt noch zu unseren anderen tieren und dann geht die routine heute los wieder wir schauen ob wir beim fisch contest problem ist nur wir haben derzeit keine beize wirklich deswegen müssen wir gleich mal gucken wie wir das machen so 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 den ganzen kompost weg ich frage mich auch wann die esel endlich mal erwachsen werden hier haben wir jetzt was ich glaub zwei jahreszeiten schon oder so und die sind immer wieder gewachsen dann haben wir dann gedacht wenn man diese diese wolle davon haben will im nächsten jahrhundert so einmal konnten wir uns jetzt schon holen das ist doch gut und dann geht jetzt das ganze gegieße wieder los ich hab auch ähm als ich in der letzten folge die ganze farmarbeit hier gemacht hab hab ich auch die carnage statt gegeben und hab dafür sunny red bekommen was auch immer das sein soll so ach komm mal hier wunderschön und cabbage ist aufwärtig geil goll 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 so so das sowit ist auch fertig mit wie das sowit ist auch fertig die kartoffeln sind auch fertig da unten wir fahren und nochmal potatoes potato 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 potatoo potato girl Attack on Titan Sascha mhh mhh da hab ich mir die zweite Staffel auch noch nicht angesehen ich bin auch so ein Honk damals hab ich zwar immer gewartet so äh wieso kommt endlich die zweite Staffel raus weil ich die erste Staffel so reingezogen habe mir sonst was. Jetzt ist es draußen schon länger und ich habe es mir jetzt immer noch näher geguckt. Naja. Ja, Sparegos, auf den muss ich noch warten wegen dem Delectable-Geschwil. Ich muss ja extra den Gobby geholt, um das machen zu können. Da wie immer noch ein bisschen Milch abzapfen hier. Sehr schön. Und dann die Nase jucken, weil die Nase juckt. Oh, Entschuldigung. Es kommt dazu, dass es noch recht früh ist. Sie kennen mich ja. Ja, wenn, dann fange ich an. Oh nein. Gast, du hast heute frei. Sehe ich das richtig? Du Pöner. Du Pöner, genau. Das ist voll der Pöner, ey. So, dann machen wir die Blümchen hier. Zack. Rosenrot, Rosenweiß. Und sogar blaue Rosen. Was für ein Scheiß. So. Pops. Oh, einige Bäume wachsen hier aber besser als andere. Kann das sein. Da müssen wir mal ein bisschen aufpassen und wieder ein bisschen aufräumen. Zwischen den Bäumen darf nichts wachsen. Nix. Nix. Weiß jetzt nicht, was die großen Bäume da sind, die jetzt bereits schon so groß sind. Who knows? Who knows? Die Sache ist einfach, man muss trotzdem drauf gucken. Wieso lädt das so lange? Wollte sagen. Ich habe schon den Finger auf der Screenshot-Taste gehabt. Um ein Screenshot machen zu können. Falls jetzt irgendwas gestartet wäre. Ah, ich habe schon wieder viel zu viele Steine dabei. Oh, da sind sie ja. Die sehen aber anders aus, als ich sie überhaupt kenne. Also die Sonnenblumen da. Jetzt müssen wir wieder nach Hause. Weil wir wollen ja nicht nur kochen, sondern ich muss auch auf den Schrank gucken. Ob wir nochmal so zwei Iron Ore haben. Weil die Boccolinis die hätte ich schon sehr gerne heute. Um die anpflanzen zu können. So, Iron Ore. Wird langsam knapp, muss ich sagen. Du wolltest Ohr haben, ne? Du wolltest kein Iron, sondern Iron Ore haben. Ja, gut. Dankeschön. So, jetzt kochen wir mal kurz Milch und Eier weg. So, wo haben wir denn denn? Nope. Oh Gott. Warte, ich mache glaube ich Butter mal wieder da vorne. Ja, lass uns Butter machen. Moment. Oh Gott, gehustet wieder mal. Hehehe. 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 So, das war die Butter. Dann machen wir mal die Great Eggs hier. Hehehehe. Ach, 9 Supreme Egg ist auch gut. Hehehehe. 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 Wie lange habe ich denn gesammelt? So, bitteschön. Dann haben wir noch Great Boiled Egg hier oben. Nice. Bitteschön. Und Boiled Egg. So, jetzt kommen wir zu dem anderen noch. Schokoladenmilch und so ein Kram. Legendary Sweet Mayonnaise. Perfekt. Dann haben wir noch Ultimate. Können wir auch. Supreme. Geht auch. Legendary? Nein. Okay. Hätte ja sein können. Hehehe. Nein. Gut. Shuckle Buddha. Nö. Hm. Da geht noch eins. Nö. Und nö. Okay. Haben wir jetzt jetzt weggefrühstückt hier. Bam. So, erst mal Red Cabbage wieder ablegen hier. Sehr schön. Haben wir noch irgendwas zum ablegen? Ja, Kartoffeln haben wir ja, ne? Und Weed. Weed. Great Weed hat man auch. Auch weg. Auch weg. Potatoes. Auch weg. Wunderbar. So, das war's auch. BING. 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 Ja, ich wollte sowieso nochmal gucken. Gerade wegen Ködern. Wenn wir wirklich am Fisch, das ist ein Angelwert, wenn wir teilen wollen. Ähm. Wird. Brauchen wir ein paar Köder? Brauchen wir ein paar Köder? Brauchen wir ein paar Köder? Wunderbar. Und wo hab ich denn 100 Kombi? Ja. Hä? Ich mein ich find das geil und so. Aber wo hab ich denn daher? Den Kombi brauch ich leider für, delectable Fischkram. Das ist ja kein Problem. Okay, nehmen wir mal Good Bait. Ich bin jetzt gerade so ein bisschen überrascht, woher ich denn fast 100 Fotocore-Emilie habe. Das ist so, hä? Woher? Sorry, ich bin kurz mal betrunken. So, mal kurz zu Gas geben. Gas, zu Gas geben. Genau, wir geben Gas. Das ist auch gut. Der stand hier unten irgendwo. Ähm. Wollen wir doch mal eben das Dings reindrücken, ne? Den Siren Ohr. Dann können wir nochmal schnell die Brokkolini Seeds anpflanzen. Anpflanzen. So, hier bitte schütteln. So. Yay. Gott Brokkolini Seeds. Und die werden wir natürlich auch gleich anpflanzen. So. So. Perfekt. Und jetzt können wir zum anderen Weckbewerb gehen. Juhu. Ein bisschen ungehöhlen. Ein bisschen ungehöhlen. So. Obwohl, ich werde einfach verkaufen gehen. Hieß niemand, da haben die Mutters zu. Ach, ihr könnt mich doch mal. Was hat ihr für Kackladen? Hi. Ja, bin ich. Seid mir ab. Beginnerklasse. Wir konnten bis jetzt auch nicht mal die Beginnerklasse gewinnen. Da wird schon was heißen. Wir haben aber jetzt voll fett die legendäre Arme. Uns fehlt halt einfach noch der Kübler, ne? Um besondere Tiere, also Fische auch zu fangen und so. Deswegen will ich ja unbedingt dieses Delectable Dings haben, damit wir das Rezept für den Tropical gekriegen. Mit dem Tropical Feed können wir dann ordentlich Dingsen, ne? Okay, sie sagt nichts mehr. Sie liebt uns nicht mehr. Nein. Kann ja auch nicht die ganze Zeit nur von der Hochzeit sprechen, ne? Diese Musik hier. Nova und ihr komischer Sommerstand da oben. Da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da. Surf in USA. So, Nummer eins. Oh, eine Rainbow Trout. Die man in den Bergen fangen soll. Ne? Morgens. Ne? Ich glaube, die Enzyklopädie weiß selbst nicht mal, was du da irgendwie redet oder so schreibt. Du sagst mir, das Spiel nicht gerade so wenig backfrei ist irgendwie. Mann, Fisch, komm. Wir müssen hier gewinnen. Wir müssen gewinnen. Geht mit zwei auf Fisch auf Mahl. Ich habe hier eine... Ich habe die legendärste Angel, die man hier haben kann. Das muss was bringen. Braver Fisch. Und? Dein Ernst? Schwiermoskito-Fisch? Alter. Ist doch nicht so, als ob meine Zeit abläuft. Nein. So, kann das jetzt mal ein bisschen was anderes sein, als Moskito? Das wäre echt wunderbar. Eins, zwei, drei. Komm. Ja. Ja, jetzt eine Sardine. Warum nicht? Guck mich mal. So werden wir definitiv den Wettbewerb wieder nicht gewinnen. Ich freue mich wirklich schon auf den Tropical Feed. Das kann doch nicht euer Ernst sein. Das kann nicht euer Ernst sein, Leute. Wirklich. Wir werden so dermaßen untergehen. Wir haben gerade mal 156 Punkte. Wir werden die ganze Zeit irgendwie Moskito-Fische und Sardinen fangen. Alter, könntest du mal aufhören, mich zu zieren und nicht mehr anbeißen? Ich habe nicht ewig Zeit. Alter, ist das dein Ernst? Du Kackfisch, kannst du nicht mehr anbeißen? Alter, ich kann mich nicht mehr aufregen, wegen meiner Stimme. Und das ist bestimmt, wenn das weder Sardine ist oder so, dann kotze ich ins Essen. Nein, das ist was anderes. Ein Kot. Ich finde den Namen ein bisschen unglücklich, aber... Ein C.U.D. So. Call of Duty. Yeah, ich habe gerade Call of Duty gehandelt. Und das ist ein Gobby. Gobby sind gut. Damit können wir noch mehr Delectable Fischfeed machen, sobald der Asperaigos fertig ist. Den wir dann ja auch neu anpflanzen müssen wieder, ne? Weil wir den natürlich das meiste fürs Fischfeed benutzen werden. Und wieder zwei Call of Duties, okay. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe schon ewigkeiten kein Call of Duty mehr gespielt. Ich glaube, damals gab es... Ich weiß nicht, welcher Teil das war. Den fand ich echt geil, weil das war so eine Sache gewesen, dass du in der Stadt warst. Also, die Szene erinnert mich noch ganz gut. Und dann bist du halt mit dem Hubschrauber abgeholt worden. Und während du so mit dem Hubschrauber geflogen bist, ist ein Atombombe hochgegangen. Dein Hubschrauber hat dich abgestürzt. Und du hattest noch die Chance, so ein bisschen rauszukriegen. Also, aus dem Hubschrauber. Dass du dann auch gestorben bist. Und das fand ich echt so eine heftige Szene. Ich weiß, dass irgendwie bei Modern Warfare oder so ein Kram... Gibt es da nochmal diese umstrittene Szene, dass da... Dass du als getarnter Terrorist am Flughafen bist und Zivilisten und so erschießt und alles. Sache ist, wie gesagt, ich habe ewig keinen Call of Duty mehr gespielt. Ich glaube, das letzte war tatsächlich Ghost, was ich mir damals mal geholt hatte. Und das konnte ich nicht durchspielen. Weil, ich weiß nicht, wo war das? Unter Wasser oder so? Und da gab es da eine Stelle... Nein! Ich weiß, es gab es da eine Stelle, wo es immer festgebackt ist. Ja, was? Woher haben wir 492 Punkte? Huch, ich habe ja rausgekriegt. Ein Peridot, wow. Ohne, 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 ist es mal so der letzte geworden. Was ist los? Woher haben wir dann plötzlich fast 500 Punkte gehabt? Ich habe ja nicht drauf geachtet. Ich meine, ich will mich nicht beschweren, aber ich finde es geil. Ich finde es auch geil. Trotzdem, haben sie denn jetzt offen? Ich meine, das ist jetzt ja abends so. Haben die vielleicht später offen? Am Montag. Ich würde nämlich sehr gerne noch Dings verkaufen. So, Salen. Ach, ich habe jetzt mit den Candy Eggs gemacht. Oh, okay. Ich wollte gerade sagen, hä, hallo? Wo sind das, was ich gekocht habe? Ich habe tatsächlich leider die Candy Eggs nicht verbraucht. Ich habe mir gedacht, ich habe die nicht verbraucht. Huch. Oh, das muss ich nochmal machen. Der hat ja noch ein bisschen länger auf hier, der Gute. So. Dann so. So, nochmal zurück. Komm, ihr reden. Hey. Ich bereue meine Entscheidung bis heute nicht, dass ich sie genommen habe. So, wir müssen mal kurz die Candy Eier verkochen. Ich habe sie nicht ganz vergessen gehabt. Oh, haha. Oh. Candy Egg. Oh, the candy egg can. Oh, die Nase juckt. Minese juckt. Aha. Mal hier runtergehen. Wie ist das denn mit der Mayonnaise? Das ist doch auch hier für... Ah ja, da haben wir aber auch schon die ganze Zeit. Oh, wir müssen gleich Dings nachkaufen. Äh, Salz nachkaufen. Bing, bing, bing. So, jetzt mal verkaufen. Johoho. Oh, hi. Sel, ähm. Sweet Mayonnaise. Und dann müssen wir noch Salz mitnehmen. Drinnen und Salz mitnehmen. Und da. Bye. Ich würde gerne Salz mitnehmen. Ah ja, ich glaube, ich habe vor der Kombi hatten wir hier gekauft gehabt. Deswegen hatten wir so viel, ne? Ja, da. So, ja, Leute, ich würde sagen, wenn ich die Folge für heute wäre super, wenn ihr ein paar bewerten könntet. Denkt auch an den roten Knopf der Farmer unter diesem Video. Und dann sind wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Tschö, tschö. Tschö, tschö. Tschö, tschö. Untertitelung des ZDF, 2020